Im Westklinikum sorgen fast 1000 ausgezeichnet ausgebildete und zugewandte Mitarbeiter für die körperliche und seelische Gesundheit von jährlich rund 13.000 stationären und 17.000 ambulanten Patienten aus dem Hamburger Westen und dem angrenzenden Schleswig-Holstein. Die medizinische Qualität in Diagnose und Therapie beruht auf zwei Faktoren. Modernste technische Ausstattung und höchster Anspruch an Ausbildung und Schulung des medizinischen Personals. Patientensicherheit hat höchste Priorität. Die zentralen Bausteine sind die vielfältigen Hygienemaßnahmen, ebenso das Patientenarmband sowie Checklisten bei jeder OP. Ärzte und Pflegepersonal des Westklinikums sind darüber hinaus speziell darin geschult, bei Eingriffen Schmerzen der Patienten zu vermeiden. Einer unserer Schwerpunkte ist die Endoprothetik, das heißt das Einsetzen medizinischer Implantate, wie beispielsweise künstlicher Hüftgelenke. Zu den Kerngebieten gehört außerdem die Wirbelsäulenchirurgie. Sie behandelt akute und chronische Erkrankungen der Wirbelsäule, konservativ und operativ. Die Spezialisten der urologischen Abteilung versorgen Patientinnen und Patienten mit Inkontinenz, Impotenz, Unfruchtbarkeit, Beckenbodenproblemen, Harnröhrenengen sowie transsexuelle Menschen. Auch spezielle Laseroperationen von Steinen im Harntrakt und der Prostata gehören zum Behandlungsspektrum. Im Zentrum der Altersmedizin stehen hingegen die besonderen Krankheitsbilder alternder Menschen. In der Gefäßchirurgie und Kardiologie liegt der Fokus auf der Erkrankung der Gefäße, meist der Arterien. Stoffwechselerkrankungen wie etwa Adipositas bilden einen weiteren Schwerpunkt des Westklinikums, das eine spezielle Adipositas-Sprechstunde anbietet. Die Palliativmedizin, die Patienten mit einer unheilbaren Erkrankung unterstützend behandelt, besitzt ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert. Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen finden in unserer gastroenterologischen Hochschulambulanz des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein eine spezialisierte medizinische Behandlung. In der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik werden seelische Erkrankungen einfühlsam behandelt. Für unsere fortwährende Innovation in Diagnostik und Therapie wurden wir von unabhängigen Stellen bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist unser Schlüssel zum Erfolg. Zukunftsweisende Technologien, zum Beispiel minimalinvasive OP-Techniken, ermöglichen eine schnellere Besserung bei unseren Patienten. Mit diesem hohen fachlichen Anspruch geben wir unseren Patienten die Sicherheit, bei uns in den besten Händen zu sein. Dies zeigt sich auch in unserer patientenfreundlichen Umgebung. Denn im Westklinikum sehen wir im Patienten nicht nur sein Krankheitsbild, sondern auch den Menschen. Mit dieser Psychiatrie wurde im Schlüssel dargestellt. Untertitelung des ZDF, 2020